Rebecca Ries hat eine bewegende Geschichte zu erzählen. Nach drei missglückten Brustoperationen legt sich die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin nun zum vierten Mal unters Messer. Diesmal soll alles anders werden, dank der großzügigen Unterstützung ihrer Freundin Lela Lahua. Die ehemalige Dschungelkamp-Teilnehmerin ermöglicht Rebecca eine Brustob bei einem renommierten Chirurgen. Ich schenke ihr neue Hupen, verrät Lela mit einem Lächeln. In einem Interview mit Bild erklärt sie, sie ist meine Freundin, und ich freue mich, ihr helfen zu können. Sie war so unglücklich mit ihren Brüsten. Den gesamten Prozess dokumentieren die beiden Freundinnen auf Instagram, vom ersten Beratungsgespräch bis zur Genesung. Rebecca lächelt dabei entspannt in die Kamera, im OP-Hemd und voller Vorfreude auf das Ergebnis. Warum die Reality-Stars so offen über dieses Thema sprechen? Sie möchten andere Frauen vor den Fallstrecken warnen, die Rebecca erlebt hat. Damals war es für Rebecca wie ein Hype, wie bei vielen Mädchen. Sie ist in die Türkei gereist für die Operation, und alles ist schiefgelaufen, erklärt Lela weiter. Das ist wie Fließbandarbeit ohne richtige Beratung. Ich würde jungen Mädchen raten, einen seriösen Arzt mit fundierter Beratung zu suchen. Lela und Rebecca haben sich im Jahr 2023 während ihrer Teilnahme bei der Bachelor kennengelernt. Obwohl sie in David Jackson nicht die große Liebe fanden, haben sie weiter nach ihrem Glück gesucht. Rebecca fand schließlich ihren Freund Adrian Aljan, während Lela ihren Mr. Right im Dschungelcamp entdeckte. Mit ihrer Geschichte wollen die beiden Frauen nicht nur über ihre persönlichen Erfahrungen sprechen, sondern auch andere ermutigen, vorsichtig und informiert zu handeln, besonders wenn es um ästhetische Eingriffe geht.